Tach du, ey du, grüß dich du, du ey, tach, was ist los, ach so, g'n Abend, klar du, ey du, ja. Das ist ja vielleicht ne durchgeknallte Location hier, weißt du, so richtig mega hängermäßig, kann ich mal durch, ich will zur Dicke, verstehste? Ey du, ey, hör doch mal, ich bin, ja klar du, n Abend, ich bin der Martin, ne, ist das ein Hut, was du da aufhast, oder hast du dir die Haare verdrahtet? Was ist? Ne, klar du, ne, ne, ich möcht lieber noch ein bisschen hierbleiben, ne, ne, alles klar du. Kann ich mal die Tee-Karte haben? Ja, ist ja gut, du, dann, dann nehm ich ein stilles Wasser, ne, aber ohne Eis und keine Zitrone, das ist nämlich alles gespritzt, weißt du, ne, ist ja gut, du, ey, ich mein ja nur, ne, ganz schön uncoole Vibrations, die Tante, das kann ich dir mal sagen. Hallo, du, ey, ich bin, ja, ich bin, ja, ich bin, ja, ich bin der Martin, ne, wie, wie heißt du, Saskia, ach so, ja, bist du immer hier? Ah, nicht, ne, aber immer öfter, ne, ach so, ja, 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 sind ja ganz schön eingetütete Leute hier, ne. Der Rochus, kennst du Rochus, ach so, der sagt immer eingetütet und verbunkert, find ich echt treffend, ne? Was is, tanzen willst du? Na klar, du, ey, ne. Hältst du mal mein Wasser? Ich muss mir die Fahrradklammern abmachen. Mann, ist das heiß hier, findest du nicht? Ich kreppel mir mal die Hose hoch Du hast ja auch nicht viel an Wie heißt du nochmal? Ach ja, Saskia Hör mal Saskia, kommst du gleich noch mit zu mir? Wir könnten ja ein bisschen gleich Gim machen, oder? Wie, aber nur mit Gummi Warum schüttelst du dich denn so? Ekelst du dich vor der Musik? Wo gehst du denn hin? Das ist Islandwolle, die kratzt immer ein bisschen Dann nicht du, ey du Wie heißt du nochmal? Oh Mann du, da ist es bei Ute im Café, aber echt lockerer, ne? Echt kommunikativer, so kontaktmäßig Ey du, hör mal du, sind eure Lampen kaputt? Ja, warum flackern die denn so? Weißt du, bei uns in der WG haben wir das auch, ja Wenn der Siggi den Heizlüfter einschaltet, verstehst du? Überlastet, ne? Also, so rein spannungsmäßig, ne? Ich auch? Wieso? Wie meinst du denn das? Hör mal, jetzt lacht's mir langsam Das ist doch sozio-strukturell gesehen interaktionelles Niemandsland hier Das muss ich mir doch nicht reinziehen Weißt du, der Töpferkurs ist ein Schützenfest gegen So rein erlebnismäßig, verstehst du? Äh, jo ey, kann mal einer das Licht anmachen? Ich such meine Fahrradklammern Das ist ja vielleicht ein versenkter Laden hier Was ist? Ja, ja klar, du, ich guck nächste Woche wieder rein, ne? Bist du auch hier? Finde ich voll gut, du Wie heißt du? Auch Saskia? Ach so, ja Heizen die hier alle Saskia? Komischer Laden Tschüss